Hochsprings. Spring hoch, los. Alter, die sollen hochspringen. Wer schlägt mich hier? Warum schlägt der mich? Bist du im Minusbereich? Ja, ich bin im Minusbereich. Tut mir leid, Horbit. Nein, ich sterbe. Oh Mann, Turm ist gestorben. Alter, wie das mich aufregt. Und wenn wir erstmal essen brauchen, dann in unserer Küche ist es auch noch früh. Ich finde, Horbit Sachen einfach am geilsten. Woher bekomme ich eigentlich diese Applewood Planks? Was? Diese... Ach, Ali hat das schon aufgetrunken. Ja. Hast du das noch mal? Was, der Horbit hat eine Pfeife. Ich glaube, den töten ich mal rein. Oh ja, ich zieh auch einen. Ach, da ist nochmal eine Taverne. Wer ist das? Ja. Komm, Leute, zieht die Pfeife, ne? Wer rauf, alleine. Oh, die Horbit treffen mich an. Irgend so eine Horbit kreft mich an. Hilfe, Hilfe. Ich glaube, ich habe seine Frau getötet. Der hat so einen Hut. Hilfe. Ich muss mir von einem Horbit Haus jetzt ein bisschen Holz holen, damit ich meine Bude ausbauen kann. Der mit dem Hut, eh, der büft mit einer Fletsche. Da oben. Ach, ihr seid da, Turm, nein. Du, nee, lass das auch in Ruhe. Es ist meins. Äh, nee, ich brauche nur das Holz. Ach, nee, die sind jetzt wegen Hobbits, Alter. Turm, ich bin auch weit gereist dafür. Hä? Ja, ich auch. Und ich habe gereist, um mir diese Hobbits-Höhlen zu erbauen. Und jetzt kommst du einfach und snickst dir alles weg. Komm, die Kiste darfst du nicht, ich hatte die andere. Es gibt auch Hobbits, die reiten auf Pferden auf so Babypferden. Ich brauche nochmal das identische Holz. Ich will meine Bude weiterbauen. Heavy weiterbauen. Wir haben Kirschbaum oder sowas. So, wie viele Tavernen haben die, äh, Tavernen? Wie viele haben die hier eigentlich? Die gehen sich überträgt. Also, die Map ist das Wichtigste, was wir hier finden konnten, glaube ich. Äh, also von Mots her. Hier kann wieder einer geraten. Und ich bin froh, dass wir bei den Hobbits sind. Ja, ich auch. Man fühlt sich hier sicher bei denen. Äh, Hobbits, es tut mir jetzt mal leid, aber ich muss ihn nicht. Zack, zack. Okay, Leute, ich habe ein paar Teller. Wir können heute Abend speisen und... Nein, er hat keine gedroppt. Ich muss wieder Orks töten. Ich habe noch fünf auf der guten Seite. Ich reiße hier aus den anderen Häusern alles raus. Ich habe heute auch so gecreation. Die ganzen Laternen und Fackeln und solche Sachen. Wie ich selber, aber die bei uns waren. Warum willst du die auch haben? Nee, die will ich selber bei uns haben. Lass es mal da hinten erweitern, dann. Ja, lass mal es dann da hinten. Ey, was ist das denn hier für ein Baum? Wo? Ja, ein lilaner Pinker. Ja, den habt ihr auch gefällt. Ich glaube, da kommt... Wie macht man denn den Hobbit-Ofen? Mahlzeit, Alec? Wie redet man da drinnen? Der steht da einfach. Ich fäll mal den ganzen Baum weg. Ist das vielleicht unser Applet-Ofen? Ist das das Applet-Ofen? Ich versuch mal, einen Setzring zu holen. Habe ich einen Setzring? Oh, wie kriegt man das? Das ist ein Kirschenbaum. Das ist ein Kirschenbaum. Ja, ein Kirschenbaum, sag ich doch. Wie kriegt man... Sag doch mal die Kirschen, vielleicht geht das. Ja, ich versuch mal den Setzring zu holen. Wie kriegt man Pfeifen, Leute? Äh, paar Hobbits zu holen, aber... Wir wollen es denn nicht riskieren. Ich hab noch einen Plus-Zwei. Ich hab noch Plus-Acht noch. Plus-Fünf. Hab ich jetzt einen Setzling? Ja. Ich hab Setzling. Lass mal bei Nacht ein paar Orks töten. Die kommen ja hier auch hin. Ein Turm bis heute in der... Äh, ne, in der Taverne drin? Ja. Ach, sehr. Eben, Turm kommt so an und ich hab schon längst das Haus gepackt. Äh, jetzt hab ich die Richtung vergessen, wo es zurückgeht. Oh, das siehst du auch auf der Karte, an der hellen Taverne. Diese Helle da. Die untere Helle. Da ist so ein Kreis. Das ist unsere Hülle. Markier's dir doch. Jo, mach doch. M rück und... Turm, weißt du es noch, wie es zurückgeht? Jo, nee, rück M und markier. Gibt es Guchen. M und wo? Wie mach ich das denn dann? M. M rück und dann rechts klick. Jo. Warten. Jetzt muss ich aber erstmal einmal nach Hause hin. Du gehst schon mal wieder in den Fall falsch richten, wenn ich sage. Da ist doch das Holz. Wenn ich sage, an der Hellen Taverne. Och, meine Güte. Hier. Och, Mann, ich will das ein bisschen besser wird. Also, wer hat einer? Oh, ja, jetzt mal hinter. Immer hinter. Immer hinter. Wer von denen hat noch Pfeifen, Adi? Ja, keine Ahnung. Du hast eine Pfeife, ne? Äh, ich hab keine. Aber ich hab was, was wir anflossen haben. Ich hab auch ein paar Kirschen jetzt geholt. Leben unter Hobbits. Traum, weißt du, wie lange der jetzt nach Hause geht? Der hat bestimmt ne Pfeife, der Rappen. Habt ihr Lettouche? Also, das sieht aus wie Grünkohl oder so? Das hab ich noch nicht gefunden. Nein, das ist nur da unten in den Stuhl drin. Oh, ha, ich bin in der Höhle gelandet. Juni? Ja? Wo bist du? Ich bin jetzt bei uns zur Hose. Warte, ich komm zu dir, okay? Ja, klar kannst du hier hin. Einfach... Ja, nee, aber ich möchte auch deinen Namen sehen. Juni, wo ist das Eisen? Hm. Einiges Eisen tut ihr da drin. Ich nehm mal deine Pfeile da. Juni, in welche Richtung bist du gerannt von der weißen Traverne auf? Oder, Ali, jetzt zeigst du grad einmal Torben, wo wir wohnen? Torben, an der hellen Taberne, Taberne da oben. Direkt dahinter. Direkt da drunter. Ey, was geht die immer hier rein, Mann? Das ist meine Buhl jetzt. Lass das auf jetzt. Ich hab leider nicht mehr dieses Holz gefunden, was die auch hier in der Rube haben. Scheiße drauf. Ich hab vom Kirstau... Hochsprings. Spring hoch, los. Alter, die sollen hochspringen. Wer schlägt mich hier? Warum schlägt der mich? Bist du im Minusbereich? Nein, ja, ich bin im Minusbereich. Tut mir leid, Torben. Nein, ich sterbe. Oh Mann, Torben ist gestorben. Alter, wie das mich aufregt. Nein! Oh, noch Holz. Wir bleiben jetzt für immer hier. Wenn wir reisen, wir haben es ja markiert. Genau wie bei Hexen. Ja, das ist jetzt einfach jetzt in der Wohnung. Moin, Torben. Moin, Torben. Ich hab mich nicht gefehlt, ne? Ich weiß, ich weiß. Du hast noch ein bisschen Lust. Torben, guck mal, komm mal rein. Ich hab gar nichts mehr, Juni. Juni, Juni, die kommen rein. Juni, die kommen bei uns rein. Wer sind die? Keine Ahnung, wer das ist. Die Hobbits? Nein, ich hab jetzt keinen Bock, die anzugreifen. Ma, Torben, da liegen noch deine ganzen Sachen da vorne. Nimm die auf, bitte, Juni. Nimm du doch. Aber sich greifen die nicht an. Jetzt bin ich auch im Minus. Nee, ich bin genau null, wenn ich jetzt... Juni, bitte nimm die. Was kannst du mich so recht an? Jetzt bin ich nur... Ach, komm, fickt euch doch alle, ihr hässlichen Hobbits. Juni, bitte nimm die. Ja, ich versuch da jetzt aber alles mitzunehmen. Komm, wir rücken jetzt ein paar Ohren. Bist du direkt vor unserer Haustür gestorben? Ja. Da hat mich ein Hobbit von Herd lang gegriffen. Wie geil. Ich weiß nicht, Torben, warum ist das nicht so schwer? Ich vermog mich. Ich hab keiner nix. Ich will jetzt auch Minus 3, Torben. Ja, ich hab gar nix. Nur 8. Ey, gib mir mal Sachen. Wer im Goddorion spielt? Torben, ich glaube, ich schuld dir mal alles in deine Kiste, weil ich denke, dass die gehört. Ich weiß auch nicht, was Torben gehört. Was hättest du denn? 8 Tabak auf jeden Fall. Nee, wir gehen jetzt einfach mal bei Nacht jetzt ein paar Orks jagen, dann passt das. 8, 10 oder 8 Tabak? 8. Hier, kriegst du 9. Super, und ich hätte noch meine Waffen. Das ist doch noch meins, du. Eine, irgendwie nicht. Ja, meine Waffen. Juni, komm mal bitte auf mein Zimmer und bring mal Holz vorbei. Fand ich lustig. So, komm mal bitte auf mein Zimmer. Mein Schwert. Hab ich nicht. Das hab ich von da hingeworfen, das hat Arley dann wahrscheinlich. Ja, was war denn das? Ach, nur noch ein scheiß Holz. Oh, was ist denn? In meinem Zimmer. Nein, Torben, hier liegen noch einige Sachen. Juni, bring mal bitte Holz vorbei. Das mach ich gleich. Ich möchte auch nicht so einen Augenbrauch. Ich hab auch richtig viel zu füllen. Du hässlicher Rollen, geh raus hier. Eigentlich sollten wir die alle mal töten und alle rauskriegen. Ah, Alter. Wie die denken, dass das deren Haus ist. Wir wohnen dann jetzt. Ey, was ist, äh? Jetzt reicht's weg. Juni, komm mal bitte in den Essensbereich. Sofort, ich hab noch einen Lock setzen. Was macht ihr hier alle in meiner Bude? Ja, ich komme. Warum haben wir ein Schaf im Haus, verdammt? Komm mal bitte in den Essensbereich. Jo, Torben, was ist denn Schaf hier bei dir? Komm bitte in den Essensbereich. Der seufzt sich jemand zu. Der hat sich an unseren Sachen bedient. Nee, bist ja schön. Warte, warte. Lass sie in Ruhe. Ja, das Buch wird wohl nie zu Ende. Sag mal, wird der Automatischbetrieb, aber brauchen wir Holz dafür. Guck mal im Flur, da ist Schaf, Juni. Juni, ich hatte noch ein paar Kronleuchter im Moment. Nach links. Ey, mein Schwer. Kronleuchter hat ich auch, Tom. Mein Schwer, raus. Ey, mein Schwer. Vier. Ja, dann gebe ich dir gleich, oder? Ja, dann gebe ich dir gleich, oder? Los, warte, lass, wollen wir erst eine Nacht hier, oder? Das ist schon ein Scheiß. Ne, komm, wir gehen jetzt gleich raus. Nein, wir pennen wir erst, oder? Nein, wir pennen wir erst, oder? Ja, falls wir sterben, ne? Ja, falls wir sterben, ne? Was, was willst du denn jetzt? Ja, Colz, zum 10. Mal. Hier. Das ist das hässliche Holz. So, Tom, die gebe ich ein paar Kronleuchter jetzt mal. Äh, Christ 5. Hast du dir mal mein Zimmer angeguckt, Junge? Das hat dir gefallen. Mach ich, mach ich. Ich glaube, ich brauche unseren Garten später schneller noch. Haben wir ein paar Sachen zum Anpflanzen? Können wir die Kirschen so anpflanzen? Ne. Ich habe was zum Anpflanzen, Junge. Mach mal gerade ne Eimer. Ne, zu hell. Ne Eimer mache ich sofort. Wow, schick geworden. Er baut sich hier gleich ein Esszimmer draus. Alter, wie geil. Eimer, Eimer. Habe ich noch Eisen? Habe ich noch Eisen? Ich habe kein Eisen mehr. Ich kann es nicht mehr riskieren, aus der Tür zu gehen. Oder geht das rein? Was? Die Tür gegen die Tür. Geh auch noch aus der Tür, wenn ich die Orks anreize? Ich glaube, ich habe auch kein Eisen mehr. Geh auch noch ein paar Orks töten. Komm, ich bin auch im Minusbereich und geh auch jetzt gerade für mich nicht an. Ja, warte. Geh ein paar Orks töten. Das Gute ist, die Orks lassen uns das erstmal in Ruhe. Mhm. Bis ich einen davon getötet habe. Siehst du irgendwo Orks? Nee, erstmal nicht. Ich fäll' mir jetzt noch grad'n Baum. Ob ich so gesehen habe, wie geil der eins ist, dann brauche ich auch mal ein bisschen. Falls ich mal Durst bekomme, in der Nacht. Ey, du bist lieber Hobbit-Oma. Geh mal raus. Hobbits, ich bin lieb zu euch. Ich bin Gandalf, der... Weise. Ey, hier greift mich so ein Hobbits-Artscher an. Ah! Auf meinem Zimmer werde ich gerade getötet, Alter! Oh! Als ob ihr von den ganzen Hobbits alle getötet wird. Klar, ich bin Minus-Sieben, wenn ich. Ich bin Plus-A. Oh, ich hab Pfeifen-Ding jetzt. Hab ich auch, die droppen das immer, ne? Das wird angenehm. Mhm. Der hat ja auch Pfeifen gehört. Ali, ich schenk dir auch einen Leuchter in deine Zahl. Nein! Geh weg mit deinem Mund. Geh mal alle Berge mit deinem Mund. So, jetzt versuch ich mal irgendwas anzupflanzen. Das kann ich wohl aus dem Hobbit-Knochen... Knochen nehmen? Jau! Aus dem Hobbit-Knochen kann man Knochen nehmen. Ich hab einen Elfen-Knochen. Werden elf getötet, Leute. Das war toll. Kann passieren, ne? Wenn der mich scheiße von der Seite anmacht. Ich esse ja immer meine ganzen Vorräte auf. Eigentlich greifen alle nur die mit den Hut an. Weil die anderen dann viel zu frisch ist. Hm. Hm. Ja. Ähm. Holzhacke. Hatten wir doch noch eine. Sowas kann ich anpflanzen. Ein bisschen Samen, paar Kartoffeln. Ich pflanze auch ein paar Sachen vorne an, ne? Ja, ich pflanze ein paar Sachen hinten bei uns im Garten an. Wir haben wir im Garten? Ja, natürlich haben wir hinten den Garten. Hey, das wollte ich anpflanzen. Egal, ich pflanze mich besser. Mach in der Mitte mal einen Kackstreifen. Oder so. Mach in der Mitte mal einen Kackstreifen, Juni. Scheiße. Warte, noch nicht da weitermachen. Wir machen das erst mal unendlich. Oder längst nicht, wir laufen uns dreimal zur Wasserstelle. Juni, mach mal dafür, dass es da unendlich wird. Was machst du doch gerade? Ich baue hier von breiter Haus. Ich hole gerade Wasser. Kann sein, dass wir nicht Sonnen nicht brauchen? Oder reicht es für einfach Fackeln daneben setzen? Super, danke Juni. Jetzt kann ich nochmal was holen. Oder ich. Überall denn? So, aber es reicht am Feld. Genau. Dann nimmst du hier jetzt noch den restlichen Sammler raus? Was will dieses Scheißschweck? Und jetzt bagge ich hier. Geh weg! Was machst du da direkt? So, nimmst du da noch etwas rein? Gut. Machst du hier gerade noch den Stein kaputt? Mach ich. Die Seite ist meine. Was machen wir? Welche Seite ist deine? Die gibt es schon gerade. Dann nimm ich die andere. Wie schön. Geh jetzt hier weg. Was latscht du auf meinem Feld, Arling? Welche geilere Sachen als du anpflanze? Was pflanzt denn du an? Ja guck doch. Was ist das? Kohl oder sowas. Pflanze ich an? Nee, ich pflanze das ganz angebrannt. Ich habe irgendwie alles jetzt mal angepflanzt. Ich pflanze hier erstmal mehr in Größte zu machen. Arling, ich habe noch ein paar Sachen, die du anpflanzen kannst. Soll ich das gerade drüben bei dir machen? Ein paar Kartoffeln noch? Nein. Nein. Was ist denn da jetzt hin? Ich hatte doch eben... Es ist zu dunkel. Ach da. Jetzt gehts, ja. Okay, was war da oben? Zack, zack. Jetzt dürfts gehen. Wie holt sich einfach mal angucken, ne? Was wir viel für ne Scheiße bauen. Hier hast du mein Gebäude gerade genannt. Entschuldig. Hä? Ich meine noch bei nicht deins. Hast du da Karotten angepflanzt? Mhm. Ey, du hast einen Kohl kaputt gemacht. Willst du mich am Arsch legen? Äh, Joni, das was du da angepflanzt hast, bringt nichts. Das sind Kleeblätter. Schade. Ey, warum machst du einen Kohl kaputt, Mann? Wo ist der andere? Ich hatte drei. Jogi. Ich weiß nicht, wie ein Kohl. Das war voll, weil zu dunkel war. Die sind hier drin gelandet. Und ich habe keinen Kohl im Moment. Oder warte. Ne, tut's. Keine Ahnung. Jetzt will ich sein. Hm? Ich geh mal ein paar Ochsen. Soll man nicht erst mal pennen? Ach ne, ist schon tot. Ja. Der Torben baut so eine Gude aber ganz schön ordentlich aus. Das ist unsere Gude. Was meinst du denn jetzt? Das ist unsere Gude. Das ist unsere Gude.